Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mega Man 5. Wir begegnen hier direkt diesen äußerst nervigen Helikoptern. Ich hoffe, den schnell den Garaus machen zu können. Denn ansonsten werden die mich wohl ziemlich nerven. Aber im Moment tun sie das doch eher weniger. Gut, das war dumm. So, bitte geht rauf. Danke. Demoni will ich haben, ja. Und zwar Wave Man, ja. Das ist eine ganz gute Idee. Jetzt ist der natürlich wieder da, aber es interessiert mich nicht. Denn er springt schon von selbst in den Abgrund. So, soll er ruhig machen. Okay, diese Energie da, da können wir durchaus drauf verzichten. Aber das Viech natürlich trotzdem. Tschüss. Okay, diese Viecher lasse ich mal als erstes kommen. Weil die sind immerhin beweglich. Der da wohl nicht so ganz. Der hat zwar ein Schild, aber das jetzt auch nicht mehr. Okay, hier sind wir jetzt wohl bei der einfachsten Sprungpassage in ganz Mega Man. Ja, okay. Nein, so viel Leben brauche ich noch nicht. Weil, ernsthaft, gibt es wirklich einen Menschen, der in diese Instant Death Stacheln springt? Ich glaube nicht. Und selbst wenn. Diese Wahrscheinlichkeit ist so gering. Ich glaube, da wird man eher vom Blitz getroffen. Also, ich wüsste nicht, wie man da reinspringen sollte. Hm, okay. So, ja. Okay, wie viel haben wir jetzt von dem Wave? Die Hälfte ungefähr, glaube ich. Dann wäre es ja ganz okay. Noch eine große Energie irgendwann. Und dann könnte ich Wave auffüllen. Und zwar komplett. Vollständig. Ja. Ich hab's gerufen und es kam. Aber zuher will ich das Ding hier... Zuher? Zuher, ja. Zuher will ich das machen. Okay, es ist immer noch nicht ganz voll. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Okay. Kein Problem. Geh bitte drauf, MeToo. In deinem komischen Kastenteil. Bis auch immer, dass man das bewirken soll. Die Schützen wohl eher nicht. So. Okay. Oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab's selber nicht gesehen. Ich hab auf den Typen nach oben schon geachtet. Ja, ich brauch ein Leben. Stimmt. Ich bin so knapp dabei. Ich geh gleich Game Over. Hm. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt neunmal in denselben Abgrund springe oder neunmal in denselben Stacheln, dann brauch ich so ein Leben, ja? Stimmt. Ach. Gut. Energietank. Äh. Ja, ist mir irgendwie zu riskant, den da oben zu holen. Von daher soll mir das recht sein, wenn der da bleibt. Gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit euch allen irgendwie. Ja. Tschüss. Tschüss. Okay. Du solltest dich auch verpissen. Und tschüss. So. Kein Thema bisher. Und hier runter. Das war auch noch kein Problem. Hier kommt jetzt aber ein Typ, der macht mir Probleme. Weil er ziemlich ätzend ist. Oh. Na komm. Der Einstieg, das ist abartig. Aber er ist tot. Puh. Tschüss. So. Das klappte bisher auch noch ganz okay. Tschüss. Ja, ich weiß, wenn ich die kleine Energie aufgesammelt hätte, dann hätte durchaus mehr gebracht. Aber egal. Man kann nicht 100% ausnutzen. So. Okay. Oh. Unnötig. Danke. So. Ja, der ist auch etwas dumm. So. Energie-Tank. Den will ich auf jeden Fall haben. Und ich hab ihn auch bekommen. So. Eine Neuerung übrigens, die ich noch nie gemerkt habe. Ich glaube, in diesem Mega-Man-Teil. Ne, ist es so. Wenn ich ins Menü gehe und zurück ins Spiel, stürzt Mega-Man nicht die Leiter runter. Hab ich jetzt erst im fünften Teil gemerkt? Ich weiß wirklich nicht, in welchem Teil es schon ist. Vermutlich schon im zweiten, weil das war schon ziemlich beschissen. Aber genau sagen kann ich das nicht. Das war sehr dumm. Aber okay, ich hab's nochmal überlebt. Von daher. Okay. Schön. Dann sind wir jetzt schon beim ersten Endgegner. Dieser Sage zumindest. Und der ist, ja, relativ simpel, würde ich behaupten. Auch wenn er manchmal ziemlich nervig sein kann, aber nicht wirklich sein muss. Okay. Tschüss. Komm, krieg meine Strahler ab. Ja. Oh, warum hat er mich getroffen? Unnötig. Sehr unnötig. Extremst unnötig irgendwie, aber okay. Ich stell mich gerade äußerst dumm an, sei gesagt. Also, so oft sollte man sich von dem noch nicht mal treffen lassen. Okay. So, bitte geh jetzt drauf. Ja, dann mache ich dich eben so kaputt. Ist mir auch egal. Wenn du mich jetzt noch killst, ne? Ja, ich wollte schon sagen. Das war jetzt schon äußerst schlecht gespielt. Da kann ich nichts vertuschen. So schlecht, äh, gut. Aber wenn ich jetzt noch draufgegangen wäre, dann wäre es sehr peinlich geworden. Okay, wir sehen mal wieder die Burg mit Protomanskopf. Und. Auf selbiges geht es jetzt in dieser Stage. Schön. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Ja. Auf jeden Fall. Instant-Dest-Stacheln. Und hier sind bröchige, ja. Auf jeden Fall ziemlich poröse Säulen, die wir wohl kaputt machen können. Okay, das... Hm, Moment. Ja, klappt. Ja, ich brauche wohl nicht zu sagen, dass man von diesen Dingern da auch eingequetscht werden kann. Was wiederum bedeutet, dass man dann instant tot wäre. Oh, weiter hoch geht's nicht. So, den brauche ich auch gar nicht aufladen. Und da ist Protoman, aber seine Pfeife hört sich irgendwie ziemlich krumm an. Und ein bisschen so, als wäre der Akku leer. Ja, und er killt uns fast instant. Und da ist die Pfeife-Musik vom richtigen Protoman. Ich wusste jetzt kein anderes Wort für diese Musik oder diesen Sound. Ja, und jetzt sehen wir, es ist auf keinen Fall Protoman gewesen. Der Richtige hat uns allerdings Leben gegeben. Ja. Der ist etwas schwieriger, dieser Roboter hier. Muss ich schon mal wirklich sagen. Weil der schon teilweise es etwas in sich hat. Ja. Es ist unberechenbar, wann dieser Arsch schießt und wann nicht. Ja, und das war jetzt super, was ich gemacht habe. Ey, warum springe ich immer so früh? Ich hechte. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil er schießt und auch manchmal nicht. Okay, ich nehme Energietank. Oh, ey, dass ich hier schon bei diesem elendigen Sacken Energietank nehmen muss. Wahrscheinlich schaffe ich den jetzt perfekt oder so. Klar, selbstverständlich. Habt ihr anderes erwartet? Nö. Energietank verschwindet. Ja, toll. Super. Oh, wie dumm. You've done well, Mega Man. I never expected you to defeat my powerful Darkman. Also, du hast es gut gemacht, Mega Man. Ich habe niemals erwartet, dass du meinen Darkman-Roboter killst. Bis jetzt habe ich es gemanagt. Äh, to frame Protoman for my crimes. Also irgendwie Protoman für meine Verbrechen zu nutzen, aber nun ist der echte Protoman aufgetaucht und hat meinen Plan, äh, durchkreuzt. Dr. Light ist ein Gefangener in meinem Labor. Komm, falls du dich traust. Ha, ha, ha. Ja, anders wusste ich es jetzt nicht zu übersetzen und, ach, das geht so in die Ohren. Ah, Dr. Wily. Du und deine scheiß Augenbrauen. Ich brense die irgendwann weg, dass sie nie mehr wiederkommen. Gut. Dieses Geräusch hat endlich aufgehört. Das war alles, was ich wollte. Und jetzt sehen wir das wirkliche Dr. Wily-Schloss mit einem DRW. Natürlich für Dr. Wily. Okay. Das ist bis jetzt auch noch wieder der Anfang. Und wir kriegen einen Energietank. Wahrscheinlich als Gnade dafür, dass wir ihn einen gerade so, 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 total sinnlos verschwendet haben. Warum sage ich hier zweimal z-z-z-z. Okay. So, ja. Hm, hm, hm. Ja. Okay, kein Problem. Und jetzt ist der Bildschirm etwas buggy, denn er scrollt nicht richtig. Das ist äußerst nachteilhaft. Moment. Hm, warum bist du noch nicht gestorben? So. Okay, jetzt ist alles wieder okay. Zweimal in diesem Screen schon treffen lassen und halb tot. Guter Schnitt, ja. Oh Gott. Okay, Bad kaputt. Danke. Ja. So. Tschüss. Und tschüss. Hey. Gebe du. Gebe du drauf, ja. Gebe du drauf. So. Hm. Instant Death stacheln, die mir allerdings keine großen Probleme bereiten sollten. Ja. Ein bisschen springen, testen und alles ist kein Thema. Ja, okay. Lasse ich mich halt von dir treffen. Ist ja eigentlich nicht viel, was ich weggekriegt habe durch den. Von daher sollte das alles okay sein. Oh, hier muss ich mich aufladen. Mhm. Gut gemacht. Boah, das ist gut gegangen, ja. Danke. Immerhin. Oh, Rushkoll wird langsam etwas leerer. Ja, er unterrichtet nicht. Aber irgendwie wird er doch nicht mehr so voll sein. Okay. Spring und bleib. So, das klappte doch ganz gut. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er weg springt. Okay. So. Es laggt gerade ziemlich. Spritex FTV. Okay. Ah, wir brauchen den Megabuster. So. So, du warst gar kein Thema. Oh ja, das kennen wir noch aus. Äh, welchem Megamental? Und ja, darunter sterben wir. Ich weiß nicht mehr, welcher Megamental das sein soll. Aber es war auf jeden Fall einer. Okay. Nochmal warten und durch. Ja, natürlich ist das Instant Death. Ist ja klar. Nichts anderes hattet ihr sicherlich erwartet. Okay, wenigstens kleine Energie. Das ist ja immerhin ein bisschen gnädig. Okay. Nochmal kleine. Freut mich. Ich glaube, hier kann ich stehen. Ah, ja. Geht. So, hier werde ich mich vorstellen. Und zack, zack. So, hier auch. Und äh, äh, äh. So. Das hat sich jetzt auch nach etwas anderem angehört. Aber egal. Ach Gott, ich hasse dieses Drecksviel. Mh. Äh, hallo. Warum springt der denn nicht von der Kante? Bitte ab. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß, wie. Wie fällt der bitte aus? Danke. Ah. Kack. So, tschüss. Ja, danke. Mhm. Brauche ich, brauche ich, brauche ich. Gib. Ah. Rush Coil. Zweifellos. Ja, danke. Eigentlich wollte ich auch noch Beat auffüllen, weil ich werde ihn zwar nicht benutzen, aber trotzdem der Vollständigkeit halber. Tschüss. Will ich es trotzdem haben. Das habe ich noch gekriegt. Das freut mich. Okay. Okay. Ja. Kein Problem. So, schön. Was kommt jetzt? Wir werden das gleich erfahren. Ja. Ein Marta-Fall. Schön, oder? Finde ich nicht. Okay. Neben das Seine, wenn Dr. Wiley irgendwie auf Marta-Fälle steht. Soll mir das recht sein. Wir dürfen jedenfalls hier nicht so oft getroffen werden, weil das relativ knapp bemessen ist. Ach, dumm. Ja, wir haben ihn etwas abgezogen. Okay. Ja. Das klappt bisher ganz gut. Das klappte nicht so gut. Der Trick ist halt, sich hier nicht oft treffen zu lassen, wie in jedem Mega-Main-Teil. Und ich bin gerade etwas konzentriert, weil ich schon relativ viel Leben weg habe. Im Verhältnis dazu, wie viel er gerade weg hat. Im Verhältnis dazu, dass ich ihn gerade nicht getroffen habe, was mir äußerst unnützig erscheint. Und auch so ist. Oha, das wird knapp. Leute, das wird knapp. Warum hat er mich getroffen? Nö, ich nehme keinen Energietank. Den einen habe ich verschwendet. Ist mir scheißegal, wenn ich jetzt draufgehe. Ehrlich. So, ein Strich noch. Ein verfickten Strich. Tschüss. Ha. Ja, immerhin den habe ich ohne Energietank geschafft, weil ich beim Darkman-Robotar so versagte. Musste das mal als Ausgleich sein. Es sei natürlich nicht gesagt, dass ich es hätte auch nicht schaffen können. Aber okay, ich habe es gepackt. Sieht man mal zu. Sieht man mal, wohin Zielstrebigkeit so führen kann. Warum habe ich aktuell so viele Redefäder? Ich weiß es nicht. Ich bin gestört. Nein, darüber macht man keine Witze. Okay. Wir sehen hier noch eine ganz leute Stage. Und ja, von der Zeit her. Ne, ich werde hier ein Part beenden. Denn eigentlich. Oh, das werde ich mir auf jeden Fall noch nehmen. Ist dieser Part jetzt schon relativ lang geworden, um den Satz, den ich gerade angefangen habe, noch zu beenden. Deswegen werden wir uns nach diesem Viech hier beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao. Ciao.